Gestern wurde um 10.15 Uhr ein Anschlag auf die Schule Langschlag verübt, bei dem über 100 Schüler ums Leben kamen. Meine Kollegin berichtet live vom Tatort. Anja und Lena, ihr seid die beiden einzigen Überlebenden. Wie ist es euch während des Angriffes ergangen und was ist genau passiert? Ich hatte noch nie so große Panik. Keiner wusste, was gerade passiert. Zuvor haben wir noch die Schritte der Zornes gehört, doch wir hatten keine Ahnung. Plötzlich standen sie in unserem Klassenraum und stürmten auf uns zu. Wir rannten einfach los und mussten mit ansehen, wie unsere Freunde angegriffen wurden. Es tut mir sehr leid. Frau Neuwirth, was genau wird nun passieren? Leider müssen wir wegen der Seuche die Schule schließen. Hoffentlich nicht für immer. Das hoffe ich auch. Danke für das Interview.